Moin Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem erneuten Video auf meinem Kanal. Heute spielen wir Height & Sieg, aber auf der ganzen Map mit 12 Kandidaten, Leute. Und der, der am längsten überlebt, bekommt 100 Euro von mir, Leute. Wenn ihr auch mal bei sowas mitmachen wollt, kommt auf jeden Fall auf meinen Discord. Lasst gerne einen Like da, lasst gerne einen Kommentar da und abonniert natürlich gerne den Kanal. Und dann würde ich mal sagen, suchen wir jetzt die Leute. Die Leute dürfen alles benutzen zum Weglaufen, auch Impulsgranaten, den Impulsbogen, Bouncepads und so weiter, Leute. Und der, der am längsten überlebt, bekommt 100 Euro. Viel Spaß beim Video. Let's go. Bruder, einfach gute Einleitung, AMK. So, Leute, wir werden auf jeden Fall Lazy Lake gehen. Die Leute, die Kandidaten hören mich auch. Das heißt, die wissen auf jeden Fall auch, dass ich jetzt Lazy Lake hingehe. Ich bin also gespannt, wo die hingehen. Und mal gucken, wer sich hier die 100 Euro sichert, Leute. Wir werden jetzt Lazy Lake gehen und erstmal guten Loot holen. Man könnte natürlich auch direkt hier am Anfang jemanden verfolgen, ne? Das wäre eigentlich auch klug, ne? Man könnte hier direkt jemanden am Anfang verfolgen. Aber das wäre assi, oder, Leute? Komm, wir looten erstmal. Affat. Oh mein Gott, Leute. Da sehe ich auf jeden Fall schon mal jemanden. Das ist schon mal sehr strong. Und denkt dran, Leute. Wenn ihr auch mal bei so einer geilen Challenge mitmachen wollt und auch easy vielleicht was gewinnen wollt, dann kommt auf jeden Fall auf den Discord-Link in der Videobeschreibung, Leute. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, wie die Leute hier spielen und wo sie sich verstecken, Leute. Denkt dran, die dürfen auf jeden Fall nur weglaufen und sich nicht verstecken. Und guck mal, da ist schon der erste Tod, Leute. Der ist drauf reingefallen, dass ich Lazy Lake gehen würde. Und Ada, der erste Teilnehmer, ist hier raus, Leute. Es sind nur noch elf am Leben. Ich bin gespannt. Whip an Ada dachte sich, er gönnt sich hier easy 100 Euro. Und ist direkt auf meinen Trick reingefallen, Digga. Und erst mal Pleasant Park einfach so looten gegangen. F in Chat, beziehungsweise F kommentieren für den armen Ada. Aber jetzt haben wir schon mal starken Loot, Leute. Oh Mann, der tut mir gerade leid, Alter. Das war es mal wieder komplett, Digga. So, schauen wir mal, Jungs. Auf jeden Fall zu wild. Direkt hier einen geilen Trick draus geholt. Komm, holen wir uns mal das Kommentar von einem Teilnehmer rein. Navid, wo bist du so? Ich? Ja. Nee, der andere Navid. Ich bin ganz hinten bei Camp COD. Da bin ich auch. Ich komm und hol dich, Kappa. Gut. Dann schauen wir mal, Leute. Ich werde jetzt erst mal weiter looten. Dann sehen wir uns gleich wieder. Oh mein Gott, Leute. Wie viel Glück kann ein Mensch haben, Digga. Guckt euch das an, Leute. Oh mein Gott, Digga. Erst mal einen Impulsboden gefunden. Und wir haben acht Impulsgranaten, Digga. Jetzt bauen wir uns noch ein geiles Auto. Mit stabilen Reifen. Und dann geht die Jagd los nach den Leuten. Und wie ihr seht, die Zone geht schon mal runter. Ich denke mal, viele haben sich im Norden versteckt von der Map. Und die müssen natürlich jetzt auch moven. Da ist es sehr leicht, die zu finden. Und wir haben jetzt schon zehn Impulsgranaten, Alter. Und 13 Pfeile für unseren Impulsboden. Also das ist ein sehr guter Anfang, Leute. Ey, Leute. Funfact. Ich habe Navid gefunden. Guckt euch den an. F in die Kommentare für Navid. Der Fahrprofi. Und Leute, schreibt auf jeden Fall auch gerne geile Videoideen in die Kommentare. Ich finde die Videoidee heute auf jeden Fall auch schon sehr wichtig. Ich habe jetzt vor, in nächster Zeit mehr solche Challenges zu machen. Deswegen kommt auch unbedingt auf den Discord, wenn ihr mal bei sowas dabei sein wollt, Leute. Es sind geile Ideen geplant, wo ihr immer mitmachen könnt, Leute. Ganz wichtig für mich, dass ich die Community auch mit einbinde. Deswegen kommt auf den Discord. Ja, Labfahrt. Oh, ich dachte gerade, ich hätte da jemanden. Aber das ist nur der Bot, Leute. Kritische. Wo können die denn sein, Leute? Ich check's nicht. Oh mein Gott, Leute. Da vorne ist ein Teilnehmer. Wir haben es geschafft, Digga. Der gehört uns, Leute. Oh mein Gott. Endlich haben wir wieder jemanden. Komm raus. Oh, er benutzt eine Impulsgranate. Nee, Leute. Der darf uns nicht entkommen. Wo ist er hin? Oh mein Gott. Da vorne ist er, Leute. Oh mein Gott. Da vorne ist er, Leute. Oh mein Gott. Wir haben ihn. Wir haben ihn. Stell dich. Aha. Na, wer ist das hier, Leute? Den zweiten, den wir gefunden haben. Na? Wer bist du? Nestorde, Leute. Hatte nur einen normalen Bunk. Schade, Alter. Oh, der Bot greift uns an. Äh, hätte der einen Impulsbung gehabt, hätte er bestimmt entkommen können. Aber hatte nur zwei Impuls. Äh. Nades, das ist natürlich nicht so stark. GG auf jeden Fall. Leute, er auf jeden Fall auch. Er bekommt auf jeden Fall auch keine 100 Euro. Gucken wir mal weiter, ob wir noch mehr finden, Leute. Äh, wen haben wir dann hier noch so am Start? Auf jeden Fall einen Moderator. Den würde ich es auf jeden Fall auch gönnen. Und einen Mitglied. Äh, deswegen bin ich mal gespannt, Leute. Ob sich hier ein Mitglied vielleicht die 100 Euro gönnen kann. Wir sind gespannt, Leute. Ich schaue mal weiter mit meinem Adlerblick. Ob hier irgendwo jemand ist. Die Zone wird auf jeden Fall kleiner. Das ist auf jeden Fall gut, Leute. Die müssen sich bewegen. Dann finde ich sie am besten. Aber man muss sagen, der letzte Spieler war auf jeden Fall lost. Denn ich bin richtig mit meinem Auto rumgefahren. Und trotzdem hat er mich irgendwie nicht gehört. Der hätte sich von den 100 Euro erstmal ein Headset kaufen. Könnte ja. Muss los. Will man den? So. Was haben wir hier so, Leute? Irgendwie sehe ich niemanden. Ist auch schwer, jemanden zu finden. Gibt auch kranke Verstecke natürlich. Wir sind ja nicht irgendwie langweilig und spielen nur in einer Stadt oder so. Denn wir wollen hier mal neue Sachen machen, Leute. Die es so noch nicht gab. Und ich kenne niemanden, der irgendwie auf der ganz großen Map schon halt den Sieg um 100 Euro gemacht hat, Leute. Deswegen. Ist doch viel geiler so. Auch wenn wir hier 30 Minuten suchen gefühlt. Und dann finden wir die Schlinge. Und da unten ist jemand. Ach, das ist schon wieder der Bot, Alter. Ich bin lost. Ich bin einfach lost. Oh, da unten sehe ich jemanden, Leute. Da unten haben wir jemanden. Let's go. Adlauge. Äh. 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 Nicht lost. Aha, da ist der Junge. Da ist er. Ey, Bruder. Ich habe keine Pfeile mehr. Oh mein Gott, Whip. Der hat keine Sachen, um sich wegzubewegen. Der baut mich jetzt weg. Ach, Feuerlord. GG's im Chat. Ach, der Arme. Der wollte mich noch wegbauen. Aber das ist natürlich ganz schlecht. Also ich will... Wir haben niemanden fronten. Aber wenn man, äh... Wenn man keine Impulsgranaten oder so hat, hat man natürlich verkackt, ne? Also das ist schon eigentlich... Das muss man gelootet haben. Ich meine, ich habe auch irgendwie 10 Impulsgranaten gefunden. Kein Plan wie, aber... Muss man halt irgendwie sich besorgen, den... Und da hinten sehe ich jemanden, Leute. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Wer ist denn da in meinem Auto? Oh, Impulsgang... Äh, Impulsbrunnen ist am Start, Leute. Hat gute Hits bekommen. Hat Shit. Oh, da müssen wir schnell hinterher, Leute. Hä? Was war das denn? Den jagen wir jetzt. Wo ist der hin, Leute? Ich habe ihn verloren. Scheiße. Oh, nicht schlecht gespielt, muss man sagen. Nicht schlecht gespielt. Den habe ich verloren. Aber den haben wir gut angegatet. Der muss Angst haben, auf jeden Fall. Sollten uns jetzt mal wieder auf andere konzentrieren. Aber war auf jeden Fall ein gutes Versteck, in meinem Auto zu verstecken, was ich benutze habe. In dem Truck hier ist keiner. Wer kennt das OG-Versteck unterm Truck? Gibt es das noch? Jetzt hat bestimmt jemand Angst... Weil sich jemand irgendwo unter einem Truck versteckt. Ne, okay. Niemand da. Schade. Die Frage ist, wo sind denn alle? Auf Klo. Stimmt. Hier kann ja jemand auch auf Klo sein. Ist jemand auf Klo? Das wäre auch witzig. Ne, okay. Keiner auf Klo. Schade. Das wäre witzig gewesen. Da ist schon wieder Navid, Alter. Wer kennt Navid? Mein Moderator, Leute. Oh, da unten habe ich doch was. Oh, da unten sind welche. Da ist einer. Oh mein Gott. Oh, ne. Jetzt bin ich auf einem Baum. Oh, kein Fallschaden. Oh, Digga. Das hat weh. Aber da unten habe ich doch jemanden gesehen. Ey, hier. Höre ich auch jemanden? Ja. Ich höre Schritte. Keine Ahnung, oder ich. Aber hier habe ich jemanden. Aha. Der Yeti. Oh. Ja, Muka. GG. Der hatte ja gar keinen Loot, Bruder. Der hat ja nicht mal gelootet, Alter. Und da hinten sehe ich doch direkt noch jemanden. Na, wer ist dahinter am Bäumchen? Wer steckt oder nicht? Ich komme. Hallöchen. Oh, Bruder. Oh, ich habe ihm noch Lucky Hit gegeben. Aber der ist, glaube ich, weg. Der ist auch gut entkommen, glaube ich. Ah, da hinten sieht. Oh, da sehe ich drei auf einmal. Der hat ganz schnell hinter. Mal gucken, welche ich davon bekomme. Die können nicht alle entkommen. Ja, die entkommen ja alle. Impulskandalen wurden auf jeden Fall auch besser gemacht. Deswegen ist es übelst witzig, das genau jetzt aufzunehmen. Während Impulskanaten noch besser sind. Und guck mal, wer mir da entkommen möchte. Oh, Bruder. Wo ist der hin? Hä? Der hat die nämlich hier hops, Leute. Das ist verwirrend. Man kann das gar nicht verfolgen. Und ich habe nur noch drei Impulskanaten. Die muss ich mir ja aufbewahren. Aber da sehe ich auf jeden Fall jemanden. Oh, der ist low. Oh, der ist weg. Celine. Mitglied Celine auch weg, Leute. Whip. 100 Euro für sie. Und Protzen hat die Landung vermasselt. Ja, das ist natürlich auch belastend. Aber danke für die Pfeile und die Impuls-Dinger. Celine. Dankeschön, dass du so gut gelootet hast. Nicht so wie ein paar andere, die einfach gar nichts für mich hatten, Alter. Und da sehen wir noch mehr, Leute. Da will jemand den Loot von Protzen aussammeln. Stell dir mal vor, die Person, die da gerade wegläuft, hat einfach Protzen getötet, weil sie den Baum abgebaut hat. Könnte ich mir sogar vorstellen. Dann einfach auf jeden Fall Whip an Protzen und seine 100 Euro. Oh mein Gott, der ist so low. Komm, den haben wir, den haben wir, den haben wir, den haben wir. Was? Wie kann der noch nicht tot sein? Oh mein Gott, so lost, Leute. So lost. Es geht um 100 Euro. Wer kriegt sie jetzt, Leute? Wer überlebt hier von den... Es sind nur noch drei Teilnehmer. Ne, fünf. Fünf Teilnehmer noch. Sorry, never mind. Und einer ist gerade gestorben durch einen tiefen Fall. Wie habe ich das denn denn bekommen? Ich habe es gar nicht mitbekommen. Wie habe ich das denn denn bekommen? Keine Ahnung, Leute. Aber es sind nur noch vier Teilnehmer. Und da hinten ist jemand. Oh, der hat zwei Hits. Hä? Oder ich sehe die meisten immer gar nicht. Oh, der hat sich rausgeboostet. Oh, der boostet sich zu mir. Das ist aber lieb von dir. Oh, Bruder. Ey, nicht in die Zone boost, Leute. Das gegen die Spielregeln. Langsam. Oh. Das war es mit Hamza. F in den... F kommentieren. Ich sage mal in den Chat, weil ich ja eigentlich sonst immer streamen. Videos. Nochmal Neuland für mich. Drei Teilnehmer noch, Leute. Wo sind die? Oh, da sehe ich jemanden. Oh, da sehe ich direkt zwei, Leute. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Einer hat sich rausge... Oh mein Gott. Jetzt geht es hier los, Leute. Jetzt kommt es drauf an. Wie bewegt ihr euch, dass ihr die 100 Euro bekommt? In Buschcampen. Dumme Idee. Oh, da sind direkt zwei, Leute. Da sind direkt zwei. Oh mein Gott. Ich bin ein bisschen überfordert. Die bewegen sich jetzt zu schnell für mich. Das sage ich euch ehrlich. Hier campt doch jemand. Oder auch nicht. Der, die bewegt... Hä? Hä? Hinter dem Stein ist doch jemand. Aha! 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 Bruder, der hat sich rausgemoopft. Drei Leute noch am Leben. Und den habe ich jetzt gefunden. Das ist schlecht gelaufen für den. Das ist wirklich sehr schlecht gelaufen für die Person da oben. Ach, jetzt fängt sie an mit Bauen. Aha! Bruder, dürfen die auf jeden Fall auch? Solange die mir keinen Schaden zufügen, ist alles gut. Oh mein Gott. Drei Leute noch am Leben. Wer kriegt hier die 100 Euro? Und guckt euch mal das da an. Was geht da ab? Oh, der hat einen dicken Hit bekommen. Da hätte ich Nasenbluten. Aber einer wird noch da unten sein. Aha, da ist noch die eine Person. Bruder, wie viel Leben haben die denn alle, Leute? Ich habe denen schon so viel Schaden zugefügt. Was soll denn das? Oh! Digga, wie viel Leben die alle immer haben. Ich verstehe es nicht, warum die so viel Leben hätten. Die haben wahrscheinlich nur Heastuff mit. Und halt solche Impulssachen. Oh mein Gott. Ich bin aber auch schlecht, Leute. Passt auf, dass ihr mich nicht aus der Zone hauen, Leute. So wie euch. Oh, das sieht nicht gut aus für die Person. Die kämpfen hier wirklich hart um die 100 Euro, Leute. Die machen ernst. Oh, da ist jemand weg. Zwei Leute noch. Aber ich sehe immer nur die eine Person irgendwie. Muss mal kurz nachladen. Ich habe ja auch noch meinen Impulspunkt. Stimmt. Warum benutze ich den nicht? Aha. Ah, okay. Beide sind da oben. Die machen diese Politik, Leute. Dann schießen wir doch einfach mal runter. Auf Assi. Und da kommt jemand runter. Und der ist tot, Leute. Du bist der Letzte. Du hast gewonnen, Digga. Wie heißt du? Ey, GG's in den... GG's kommentieren. Töte mich. Töte mich. Leute, wir haben unseren 100 Euro Gewinner. Und es ist Spaceman Navid, Alter. Den haben wir dreimal in der Runde getötet. Leute. Gönnt einmal GG's in die Kommentare für meinen Moderator Navid. Wir gönnen ihm auf jeden Fall, Leute. 100 Euro. So leicht geht's. Kommt auf den Discord, wenn ihr auch mal bei sowas dabei sein wollt. Danke an alle, die mit aufgenommen haben. Danke an jeden, der geliked, abonniert hat. Kuss geht raus. Wir sehen uns im nächsten Video oder Stream. Ciao.